Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die drei besten Industriestaubsauger. Es geht also um Staubsauger mit besonders hoher Leistung, die sowohl trockenen als auch nassen Schmutz aufsaugen können. Vorstellen möchten wir euch drei verschiedene Modelle von drei unterschiedlichen Herstellern und auch aus drei verschiedenen Preisklassen. So sollte für jeden Anspruch und auch Geldbeute das passende Modell dabei sein. Viel Spaß also nun bei diesem Video. Alle drei Geräte sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Als erstes möchten wir euch das günstigste Modell im Vergleich vorstellen und das ist der Bosch Industriestaubsauger GAS 35 Liter. Wie der Name schon sagt, hat das Modell ein Fassungsvolumen von 35 Litern und kommt mit 1200 Watt Saugleistung. Diese starke Saugturbine kann einen extrem hohen Unterdruck von bis zu 265 MB erzeugen, womit er auch gröbere Verschmutzungen ohne Probleme einsaugen kann. In dem großen 35 Liter Staubbehälter können sowohl trockener als auch nasser Schmutz gesammelt werden. Das Modell, welches ein Eigengewicht von 11,6 kg besitzt, hat zwei große und zwei kleinere Transporträder, die je nach Bedarf auch festgestellt werden können. Durch diese Räder kann man das Modell ganz einfach dorthin verschieben, wo man es gerade am meisten benötigt. Für eine starke Variabilität beim Arbeiten sorgt aber auch der drei Meter lange Absaugschlauch. Im Lieferumfang sind neben diesem Schlauch auch noch ein Teleskoprohr sowie drei verschiedene Saugaufsätze dabei. Einmal eine breite Flächendüse, ein Winkelaufsatz sowie auch noch ein kleiner Fugenaufsatz. Das Modell besitzt zudem eine automatische Filterreinigung, ein langes 10 Meter Stromkabel sowie einen Entsorgungssack für den Staubbehälter. Mehr Infos zu diesem Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung. Der leistungsstarke Industriestaubsauger von Bosch ist das, wie gesagt, günstigste Modell in diesem Vergleich. Das Modell aus der nächsten Preisklasse, welches wir euch vorstellen wollen, ist der Kerscher NT30-1 Takt L. Dieses Modell kostet nur ein wenig mehr als der zuerst vorgestellte Bosch-Sauger und kann durch ähnliche Eigenschaften und Funktionen überzeugen. Der NT30-1 Takt L von Kerscher bietet eine effektive und schnelle Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstätten und Baustellen, was durch seine starke Leistung von 1380 Watt sowie durch seine Trocken- und Nassaugefunktion garantiert wird. Das Modell kommt zudem mit einem großen 30 Liter Behältervolumen, womit es sowohl trockenen als auch nassen Schmutz mit einem Unterdruck von 273 M bar einsaugen kann. Diese erzeugte Saugleistung bzw. der Unterdruck ist damit leicht stärker als beim zuerst vorgestellten Bosch-Modell, das Behältervolumen allerdings ein wenig kleiner. 30 Liter sind aber trotzdem sehr, sehr groß und dieser kann auch mit nur wenigen Handgriffen sehr leicht geleert werden. Zudem kommen bei dem Kerscher-Modell ein langes 7,5 Meter Gummi-Netzkabel, ein 2,5 Meter langer Saugschlauch sowie im Lieferumfang auch ein insgesamt 55 cm langes Saugrohr. Neben einer Filtertüte und einem Plastiksack zur staubfreien Entsorgung des eingesaugten Schmutzes kommen hier zusätzlich noch eine Nass-Trockenbodendüse mit 36 cm Breite sowie auch eine extra Fugendüse. Und auch durch weitere Besonderheiten kann das Modell überzeugen, durch die Geschwindigkeit bzw. Saugstärkeneinstellung in drei verschiedenen Stufen, durch die Abschaltautomatik bei maximaler Füllmenge sowie durch beispielsweise auch die automatische Filterabreinigung. Trotzdem muss der Filter natürlich irgendwann getauscht werden. Dies geht bei dem Kerscher-Modell auch ganz einfach durch wenige Handgriffe. Und zu guter Letzt ist der Kerscher NT30 Takt L natürlich auch mit großen und kleinen Transportrollen ausgestattet, die vorne auch feststellbar sind, womit das Modell jederzeit an den gewünschten Einsatzort gebracht werden kann. Mehr Infos zu diesem leistungsstarke Modell von Kerscher, dem NT30 Takt L, über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes und letztes in diesem Vergleich wollen wir euch noch ein Modell mit außerordentlich hoher Leistung vorstellen. Es handelt sich um das Premium-Modell in diesem Vergleich, ein Industriestaubsauger, auf den man zurückgreift, wenn es wirklich brenzlig wird. Es handelt sich um den Starmix L1635 Top. Dieser Industrie-Nass-Trockensauger kommt mit einer Motorleistung von 1600 Watt. Dies ist wie gesagt die höchste Leistung im Vergleich und in Kombination mit seinem großen 35 Liter Staub- bzw. Schmutzbehälter ist dieses Modell perfekt für vor allem professionelle Einsatzbereiche geeignet. Überzeugend tut er vor allem auch durch seine iPulse-Technologie, welche ein bedarfsgerechtes Abreinigen bei konstant hohem Luftstrom garantiert. Es handelt sich um eine optimale Krafteinwirkung auf den Filter und um reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandanzeigen. Damit wird wie gesagt Arbeiten ohne Pause garantiert und damit ist dieses Modell auch für den härtesten Dauereinsatz geeignet. Egal ob zum Absaugen direkt am Elektro-Werk, bei Bohr, Fräs, Schleif oder Sägearbeiten oder egal ob beim Aufsaugen von größeren, auch nassen Verschmutzungen, der Starmix L1635 Top ist hier immer ein guter Begleiter. Trotzdem ist das Modell sehr simpel zu handhaben. Dafür sorgen unter anderem der lange 5 Meter Saugschlauch, das lange 10 Meter Netzkabel sowie auch der große praktische Haltegriff, durch den das Modell in Kombination mit den Transportrollen noch einfacher transportiert werden kann, auch ohne sich zu bücken. Auch einfach gemacht werden auch hier die Filterreinigungen. Diese erfolgt automatisch. Zudem kann der Filter auch in kurzer Zeit gewechselt werden. Der Lieferumfang überzeugt uns hier auch nicht nur durch seinen langen 5 Meter Saugschlauch, sondern auch durch seine zwei Saugrohre mit je 50 Zentimetern, seine große 37 Zentimeter Bodendüse, sowie auch durch seinen Winkeleinsatz und seine Fugendüse. Das alles lässt sich natürlich am Gerät direkt verstauen, sodass man es immer griffbereit hat. Zudem überzeugt das Modell durch eine große Bedienanzeige, über die man stufenlos die Kraft des Staubsaugers einstellen oder auch beispielsweise den Filterstand einsehen kann. Ja, ein wirkliches Profi-Modell haben wir hier bei dem Starmix L1635. Wie gesagt, ist das Modell vor allem für die größten Einsätze ausgerichtet. Über den dritten Link in der Videobeschreibung erfahrt ihr noch mehr zum Modell und könnt, wenn ihr etwas runterscrollt, dort auch noch andere Modelle des Herstellers Starmix entdecken. Das war es jedenfalls mit unserem kurzen Vergleich der besten Industriestaubsauger. Alle drei Modelle haben eine starke Leistung, ein großes Behältervolumen und ein gutes Zubehör, sodass sie für den professionellen Bereich geeignet sind. Hier kommt es jetzt nur noch darauf an, welches Modell für euch konkret die beste Wahl darstellt. Hoffentlich konnten wir euch mit diesem Video bei dieser Entscheidung etwas helfen.